1. 1 Bio-Orange-Eis abwaschen, trockentupfen und in Scheiben schneiden. Orangenscheiben halbieren. 2 große Weingläser mit Eis würfeln und 1 bis 2 uralben Orangenscheiben füllen. 1 Teil Chinoto-Limonade, Klammer auf zum Beispiel von Luricea, Siertipp, Klammer zu, und 3 Teile alkoholfreien Sekt, Klammer auf zum Beispiel Mumbray, Alkoholfrei, Klammer zu, zugießen, mit je 1-2 Großmarin vorsichtig verrühren und servieren. Zubereitungszeit 5 Minuten pro Glas, Klammer auf 250 ml, Klammer zu, 0 Gramm E, 0 Gramm F, 18 Gramm K, A gleich 78 Kilokalorien, Klammer auf 332 Kilojoule, Klammer zu, Limonade zählt eher selten zu den kulinarischen Highlights, eine Region.